Herzlich Willkommen zum Konzept mit Fangen und Formen der SETTE ISTLA-WI-Laterung. Heute nehme ich Sie mit durch einen Querschnitt durch den ganzen Showraum mit unseren wunderschönen Fahrzeugen. Wir fangen an mit dem i3 in Melbourne Road, das kompakte spezielle Fahrzeug. Daneben haben wir den Eindrück mit 750i im Donutenzilber. Das Herz schlägt höher, wenn wir zu den Aventurin roten N8-Kabelchen Competition-Kumpen mit Silvus-Landlegern. Der eindrücklich plantiert auf der rechten Seite 8-grau-Brilliant X7 als Sexplätze. Business-Limousine schlechthin. Sofisto Graue 530E Limousine und daneben der bombastische X6 Riverside Blue Metallic. Eine Fahrwunderform, die absolut explodiert in der Sonne. Und auch so heisst, die Sonne steigt alle X5 40i. Daneben die schönste Kombi seiner Klasse. Ein Melbourne Rote 330D. Effizient, dynamisch, so wie er hier stattfindet. Interiär blaue Grunduhr. Dortmund 2210D. Allround einsetzbar. Geschirrbare Rückhandel, Ladevolumen. Optimal für Sport und Familie. Freiluftuhr. Z4 N40i. Sabierschwarz mit roten Bläderkolstern. Ein Auto, das euch speziell fasziniert, heisst 20D. Sportpaket, schwarze Grille. So stammt er satt auf der Straße. Und unser Neuzugang. Der Melbourne Rote M255 Griski. Das neue 2er Grand Coupé mit dem Performance-Anbauteil in schwarz. Ein faszinierendes Fahrzeug für jeden Mann und jeden Verhältnis. Das war der Querschnitt durch unseren Showroom. Lassen Sie sich nicht anstecken ausser von unserem Virus BMW, das absolut fasziniert.